Dieses Video richtet sich an Personen und Unternehmen, die Verpflichtungen zum Radonschutz am Arbeitsplatz zu erfüllen haben, weil sich mindestens eine Betriebsstätte in einem Radonschutzgebiet befindet. Außerdem gibt es dort Arbeitsplätze im Erdgeschoss oder in Kellergeschossen. Um eine ermächtigte Überwachungsstelle zu beauftragen oder einen Kostenvoranschlag für Messungen einzuholen, sollten Sie wissen, wie viele Messungen Ihre Betriebsstätte benötigt. Wir zeigen Ihnen nun am Beispiel eines Lebensmittelhandels, wie Sie vorgehen können, um die Anzahl der Messungen zu ermitteln. Als Vorarbeit haben wir für unseren Beispielbetrieb bereits überprüft, dass eine Messverpflichtung besteht. Außerdem haben wir festgestellt, dass keine Ausnahmeveraussetzungen zutreffen. Als Hilfsmittel nehmen wir einen kopierten Gebäudeplan der Betriebsstätte zur Hand. Auf diesen zeichnen wir ein, wo sich unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während ihrer Tätigkeit aufhalten. Als nächstes zeichnen wir ein, welche der Räume und Bereiche mehr als 10 Stunden pro Woche im Jahresmittel als Arbeitsplatz verwendet werden. In diesen Räumen muss die Radonkonzentration auf jeden Fall gemessen werden. In diesem Beispiel trifft das auf den Kassenbereich, die Verkaufsfläche und dem Bereich Feinkost-Gebäck zu. Wenn bei Räumen nicht sicher ist, wie oft und wie lange diese als Arbeitsplätze genutzt werden, erkundigen wir uns bei den Personen vor Ort. Es ist hilfreich, die Ergebnisse zumindest grob zu dokumentieren. Werden Räume und Bereiche weniger als 10 Stunden pro Woche im Jahresmittel als Arbeitsplatz verwendet, erfüllen diese eine Voraussetzung für eine Ausnahme. Dort muss nicht gemessen werden. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass der Müllraum etwa 7 Stunden pro Woche als Arbeitsplatz verwendet wird. Das Lager wird 14 Stunden pro Woche als Arbeitsplatz verwendet. Der Müllraum benötigt somit keine Messung. Das Lager benötigt eine Messung. Dieses Ergebnis dokumentieren wir im Plan mit einem M. Im weiteren Verlauf steht jedes M-Symbol für eine benötigte Messung. Wenden wir uns nun dem offenen Bereich der Kassen-, Verkaufsfläche und Feinkost-Gebäck zu. Hier gibt es keine räumlichen Abtrennungen wie beispielsweise Wände oder Türen. Die Gesamtfläche beträgt 350 m². In Räumen, die maximal 150 m² groß sind, genügt eine Messung für alle Arbeitsplätze. Bei größeren Räumen muss pro angefangener 150 m² eine Messung durchgeführt werden. Wir nehmen daher die Größe unseres Raums in m², also 350, und dividieren diese durch 150. Das Ergebnis ist 2,3 periodisch. Dieses wird auf 3 aufgerundet, da eine Messung pro angefangener 150 m² notwendig ist. In diesem Beispiel sind drei Messungen notwendig. Die Platzierung der Messungen sollte sich vor allem daran orientieren, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die meiste Zeit tätig sind. In diesem Beispiel wird zumindest eine Kasse und der Feinkost-Gebäckbereich durchgehend als Arbeitsplatz verwendet. Daher ist es sinnvoll, jeweils eine Messung in diesem Bereich durchzuführen. Zusätzlich zeichnen wir ein, welcher Bereich in etwa durch diese beiden Messungen erfasst wird. Hier dürfen jeweils maximal 150 m² zugeordnet werden. In diesem Beispiel bleibt für die dritte Messung nun ein Bereich von etwa 120 m² auf der Verkaufsfläche. Hier ist die Wahl des Ortes weniger eindeutig, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Verkaufsfläche viel bewegen. Es gibt dort keinen Ort, an dem sie sich regelmäßig länger aufhalten. Daher wählen wir einen Ort, der möglichst repräsentativ ist bzw. in der Mitte der verbleibenden Fläche liegt. Gesamt werden für den Lebensmittelhandel in diesem Beispiel vier Messungen benötigt. Dafür muss eine ermächtigte Überwachungsstelle beauftragt werden.